The Streets will never forget Patrick Jeschek. Obwohl er mit 1,72 Meter stets zu den Kleinsten seiner Teams gehörte, war der Tscheche einer der Größten, die die Bundesliga gesehen hat. Einer der Kategorie Zaubermaus und der beste Kunstrasenspieler Österreichs. Drei Meisterschaften gewann Jeschek mit dem FC Tirol, drei mit Red Bull Salzburg. Nur ein einziger Legionär wurde öfter Meister, Alex Walke. Auch in Pasching und bei der Admirer liebten sie ihn, nur bei der Austria nicht. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie legendär war Patrick Jeschek? 87. Das ist viel, das ist viel. Von mir gibt es 81. Von mir gibt es eine 83.